Die Konkurrenz ist stärker geworden, so wie von Audi als auch vom BMW, aber das gibt uns nur noch mehr Ansporn, unser Bestes zu geben und dann wollen wir sehen, was am Sonntag um 3 Uhr nachmittags dabei rauskommt. The Porsche GT3R Hybrid with its Williams Flywheel Type Hybrid Mechanism placed 9th in the qualifying session. Die Konkurrenz ist stärker geworden. The Porsche GT3R with Montai Racing brought 5 R8 LMS Works Machines and 2 Semi-Works Machines, to ensure their victory. Was wir als Ziel haben, wir wollen Anerkennung nicht nur im Tourenwagen Sport, weil es Stunden oder Sprintrennen sind, sondern auch mal bei einem Klassiker wie beim 24-Stunden-Rennen hier auf der Nordschleife einmal ganz oben zu stehen, das ist unser Ziel. BMW gathered top drivers from a variety of racing categories for their 2 N3 GT2 Machines. Volkswagen entered 3 Chiracos powered by natural gas. They are breaking new ground with an eco-friendly engine. We are only running with gas, but we are running with the biogas. And with the biogas, we create minus 80% CO2. So we are very, very, very clean. And I think we have the cleanest car in the world for racing. From Japan was the 500-car limited-production supercar, the Lexus LFA. And a regular now, Nürburgring, is the Subaru Ikreza. And Team Falcon, one of the first leading Japanese challengers of the Nürburgring. Female racing driver Sabine Schmitz, who grew up around this racing town of Nürburgring, is racing this year in a Porsche. A variety of racing cars and drivers from all over had gathered here once again. In addition to the harsh weather conditions of fog and rain, the World Car Awards team was plagued by a fuel system problem. And was unable to complete a good qualifying lap. Their fourth driver was professional racing driver, Hideshi Matsuda. Ich frage mich, diese Beziehungen zu mir an, weil es sehr wichtig ist. Kline ist ja auch immer, denn es ist sehr viel für mich, wenn du nicht bei dir im Schuster zurückkehrenst. Wie man sich die Beziehungen immer damitExcusehen, so wird es überhaupt nichts vertreibt. Das ist dann sehr viel zu Folgendes, also kann man sich die Beziehungen zu etwas verabschiedern... Ich denke, dass ich mich nicht so gut machen kann. Ich bin nicht so gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017